Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Part 5. Ich bin der Kommentator Toshiroshi und wir sind hier in der Police Station. Ich weiß noch, dass wir diese scheiß Hunde bekämpfen müssen oder was auch immer. Bekämpfen oder einfach fliehen. Ich glaube, ich versuche sie zu bekämpfen. Was ich mich daran erinnern kann, sind hier unten zwei und oben drei. Oder auch zwei, ich weiß es nicht. Ich glaube, da waren drei. Ja, ich glaube, die oben müssen wir mal töten. Nehme ich vorsichtig aber mit. Oder ja, ich mache das so. So, fünf Schlüsse sollten definitiv dafür reichen. Ich versuche, den beiden hier auszuweichen und oben, dann muss ich sie einfach killen. Yay. Ich glaube, ich habe was zu heilen vergessen. Jep, habe ich. Ich weiß gar nicht den Key. Ich glaube, den brauche ich. Oder? Diamond. Ich gucke... Ah, ne, man kann ja gar nicht. Ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Toll. Man kann die Etage nicht wechseln, warum auch immer. Dann nehme ich mal... Das damit. Ich hoffe mal, das reicht. Oh mein Gott, ey. Warum bin ich hier hingekommen? Hier war, glaube ich, gar nichts. Außer ein rotes Kraut, auf das ich auch hätte verzichten können, wenn ich nicht hier hingekommen wäre. Okay, das... Nee. Hier geht nichts. Das ist eine Sackgasse oder so. Keine Ahnung, warum man überhaupt da ist. Da. Okay, den versuche ich jetzt auszuweichen. Ich bin mir ziemlich sicher. Hier nach... Ja, das war natürlich fair. Danke. Hier nach sind noch sehr viele Türen, die wir noch nicht untersucht haben. So, scheiß drauf. Klar, ey, Bro. Ja. Tod. Danke. Autopsy Room ist lockt. Club Key ist etched under the keyhole. Club Key, ich glaube, das ist der letzte, der noch fehlt. Oder habe ich den schon? Nee, ich habe ja... Das ist der einzige. Die anderen habe ich alles schon weggeworfen. Mal gucken, wie es hier auf der Karte aussieht. Oh. Und das hätte ich nie im Leben alles geschafft, ohne dass ich mindestens zwei, drei, vier, fünf bis zum Tod mal von den Hunden getroffen wurde. Oh, gerne gesehen. Oh, gerne gesehen. Ah, das hier ist auch ein Resi 3, glaube ich, falls es dasselbe ist. Ab. 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 Aha, okay. Ab. Ab. Sollte jetzt auch reichen. Hell yeah! Okay. Was macht die Tür auf? Welche war das? Hm. Haben wir schon noch nicht gesehen. Was ist das? Liegt da was? Hey. Oh, a police. Oh, map. Yes, of course. Oh, my good sir. Ja, das war hilfreich. Definitiv. LOL, respawn! Oh, ich hab schon gedacht, ich hätte einen Hunk gehört, aber das sind meine eigenen Schritte. Oh, die Tür ist auf. Weapons storage. Ah, hier ist... Was, ein Card Keyder? Ach, ein Card Reader. Card Keyder fail. Die Kraft ist auf dem Card Keyder. Die Kraft ist auf dem Card Keyder. Aha, ich mach ne Card Key. Parking. Oh, hier treffe ich jetzt, glaube ich, Ada. Ada Wong. Oroshi. Toshi, Oroshi. Oh, da hier. Ach, ne. Das Resi... Zwischen Resi 2 und 4 hat sie nicht einmal, dass die Kleine wirxert. Wenn ich das Uniforme sah, habe ich nicht mehr als Zondi. Daher... Who are you? Ada? Ada Wong. And what are you doing here? Ich schaue einen Mann namens Ben. Er ist einer dieser Reporter-Typen, die immer einen Schraub suchen. Ich habe gehört, er war in einem Schraubblock, nur dass es ein roter Auto gibt, die die Entrennung ist. Ich habe versucht, einen anderen Weg zu finden. Wenn wir zusammen arbeiten, können wir dieses Ding verändern. Gib mir eine Hand hier, bitte? Genau wie in Teil 2. Man braucht die Hilfe von Maria, um da so einen Kühlschrank zu öffnen. Hier genau. Man braucht die Hilfe von einer Frau, um ein Auto wegzuschieben. Männer. Oder einfach nur schwacher Leon. Schwacher James. Okay. Ähm. Ich gucke erstmal auf dem Map, ob wir nicht noch was vergessen haben. Die Tür. Ach nee, das war ja die mit dem Cardreader. Und da brauchen wir einen Schlüssel für. Ich glaube, wir spielen gleich mit Ada. Und da gibt ihr uns den Schlüssel. Und dann kriegen wir noch den letzten Plug. Oder... ...letzten, vorletzten, was auch immer, irgendeinen Plug kriegen jedenfalls. Yay! Progress! Und wir wurden ein- oder zweimal gebissen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, einmal. Wir haben uns da ein bisschen Shotgun-Munition verbraucht, aber... Ada, warte! Ada, warte! Ada, warte! Das sagt er jedes Mal, wenn wir die treffen, sagt er das. Ada, warte! Oh, jeez. Ich hoffe, wir sind hier keine Gegner. Da habe ich irgendwie keine Lust gerade drauf. Au. Äh. Ich höre Hunde. Ähm. Da, ich glaube, da gehe ich erstmal... Ich gucke mal auf dem Map, wie der Raum aussieht. Ah, hier. Okay. Die Hunde sind... Ich wollte gerade drauf zeigen, ob es irgendjemand sehen würde. Girl. Nee, das sollen Zellen sein. Diese grünen Teile, diese Kästen, das sollen Zellen sein. Und ich glaube, da sind die. Ich weiß nicht, ob sie da drin sind oder irgendwo da rum betrollen. Jedenfalls das Loch da oben, das ist das Manhole. Goat Sea. Und da kann man dann durch... Und dann kommen wir sogar weiter, ein bisschen. Also da müssen wir gleich auf alle Fälle nochmal rein. Yay, Bullets. Auch gerne gesehen. Kontrollpanel, um den Lock zu verlassen. Releise ein Kraken! Der Lock ist offen. Yay. Ada. Ada. Ada Wong. Oh. Ach nee. Oh. Oh, ein blaues. Oh, blau. Das wird heißen, wir werden gleich, ich glaube, Spinnen. Spinnen sind das hier auch. Spinnen begegnen. Ah, ich weiß nicht, ob ich es kombinieren soll. Ich hätte das hier, aber das war auf alle Fälle nötig, das sei. Ich weiß nicht, ob wir die kombinieren sollen, weil das halt gibt und ich weiß nicht, ob man es einzeln annehmen kann. Ich darf auch so ein Blunt rollen. Ich darf so ein Blunt rollen. Ja? Ja? Warum macht ihr dagegen? Das ist total unnötig. Was willst du? Ich versuche hier zu schlafen. Ich versuche hier zu schlafen. Ist das der Typ? Der Typ ist weggegangen. Der Typ ist weggegangen. Oh. Ich habe gehört, dass er hier in der Stadt ist. Gott. Ich weiß nicht was. Und sogar wenn ich es getan habe, warum würde ich es dir sagen? Du... Oh. Sexy Ferdeschwanz. Okay, ich sage, wir lassen ihn dort. Wer weiß, woher sie die Kieße in die Kieße legen? Warum kommt der dagegen? Ich habe einen Platz hier, Officer. Aber ich werde nicht überlegen, wo er die Kieße hingepackt hat. Diese Zombies sind nicht die einzige Dinge, die wir haben. Und warum jemand? Das heißt, er kann nur Ada fragen. Was war das? Assrape. Wie gesagt, ich werde nicht überlegen. Ich werde nicht überlegen, wenn du hier rauskommst, ich werde nicht überlegen. Ich bin der einzige Kieße in der Stadt. Ich bin der einzige Kieße in dieser Stadt. Was? Wenn du willst, dann musst du mit mir gehen. Aber du selbst wissen, wie du rauskommst? Da ist ein Kieße in der Stadt. In der Kieße ist ein Mannholz. Manholz. Mannly Mannholz. Keine Entfernung, aber es wird nicht einfach. Okay, ich gehe. Neutralisation. Und das heißt, wir machen... Ja, da. Das Mannholz. Oh. Was ist das denn, Feines? Das ist... Wir können carry in the items. Das heißt, ja... Ich kombiniere einfach so. Oder so. Eins muss ich kombinieren, aber ich habe jetzt... Nein, ich mache das so. Ja. Das wird mir definitiv hilfreicher sein. Auch wenn ich werde durch das Mannhol gehen. Ich glaube, da treffen wir... Äh... Auch die Spinnen schon. Ach so. Ich kombiniere es halt einfach nochmals. Ist mir scheißegal. Okay, eigentlich nicht. Ich brauche das Zeug. Ähm... Hier war das. Ich renne einfach direkt durch. Ich weiß... Ich glaube, da liegt Munition oder so. Und ich glaube, die sind auch eingesperrt, die Hunde. Nein! Nein! Da wollte ich nicht hin. Hu! Hu! Okay. Ehm... Saferraum wäre auch nicht schlecht. Ah, ich warte mal. Ich glaube, wir kämpfen jetzt gegen den Boss. Da brauche ich den Shotgun auf alle Fälle für. Nee. Oh, da sind die Spinnen. Spider-Man! Ich bin weg. Oh, wie ein... Wie ein Boss! Wie ein Boss-Main! Ohne getroffen zu werden. Dagnis! Okay, ich glaube, hier klingt gleich Licker. Ich weiß aber nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Safe-Raum. Storage hat sich auch Safe an. Nein, sonst wird die Musik schon kommen. Fuck! Doch! Hu! Und noch ein blaues Kraut. Ich glaube... Ne, das behalte ich. Das packe ich weg. Das packe ich weg. Das packe ich weg. Ähm... Das hier. Ich weiß... Diamond Key. Ich glaube, den brauchen wir hier unten nicht. Ich weiß es aber nicht genau. Oh, ich habe die ganzen Vermutungen. Und dann... Na, würde ich es besser wissen, kann ich mich besser darauf vorbereiten. Ich laufe einfach mal so noch ein bisschen rum. Mir ist ja noch eine Tür gewesen. Na. Eben aufheben. Ich habe das Gefühl, die sehen alle gleich aus. Ah. Hier muss man... Ada. Ada Wong. Äh. Ja. Hier muss man... Ada. Ada Wong. Äh. Ja. Ich gehe einfach mal zurück. Hol die Shotgun. Und dann gehe ich da durch. Und wenn er dann kommt... Ne, der... Ach, fuck. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich glaube, der kommt noch nicht. Weil erst muss Ban. Spoiler! Sterben! Egal. Egal. Ich habe genug Platz. Glaube ich. Hoffe ich. Ne, nicht die. Äh... Oh. Ich habe ziemlich viel Shotgun-Ammo. Ammo. Ammunition. Ja, das war ein bisschen viel, aber... Besser zu viel als zu wenig. Ähm. Ja.